...Mensch und Mann, Schmerz! Und Ihre Änderung... ...und Ihre Änderung... ...Semone! ...Mensch und Mann, Schmerz! These war die Ohrschländer, aber ich hab... ...Mensch! 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 So, jetzt könnt ihr ruhig noch eine Zugabe machen. Der ganze Tanz! Der ganze Tanz! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Khamina. 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 Das ist ein bisschen was drin, da sind wir hinwegen gerade, nicht? Super. Super. Aber da kann man ja noch ein bisschen stehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sie haben gesagt, hier musste noch etwas Soundcheck gemacht werden, aber wir sind jetzt soweit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, passend zu unserem diesjährigen Motto, der Schottschmerz-Kuron, darf ich Ihnen einen ähnlichen Stumpf anzündigen. Sie war in den 70er Jahren eine riesiger Star und war ja durch radioser Erfolge auf fast in einem Bild dieser Welt. Dieser Star ist hier im Land seiner ZDF. Nach einigen Jahren der Ruhe, in der sie zurückgezogen wurde, kommt sie jetzt zurück auf die Große. Als Start ihrer Comeback-Tour, was könnte da besser geeignet sein, als hier unser Faser? Meine Damen und Herren, ich begrüße und die Travestie! Meine Damen und Herren, ich begrüße und die Travestie! Ich bin der Schottschmerz-Kuron, die 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 Schottschmerz-Kuron. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ich kann mich nicht vorstellen, dass ich auch das Flamingo habe. Aber was war ich schon jetzt? Ich habe schon gesagt, ich habe schon gesagt, ich habe schon gesagt, wenn ich jetzt schon mal top bin, dann kann ich mich ja ein bisschen verzählen, oder? Also Christa hat ja schon gesagt, ich bin gelernt, damit es so nichts zu fahren. Hallo? Ich weiß ja, in allen Bühnen dieser Welt hatte ich schon gespätet. In Weimar, in der Skala, in Jörg, in der Metro, was das gekoppelt hat doch, wie mal Sahne von der Bube. Bin ich das? Poppik, gewähnt. Dann, die Steigerstelle, kommt die Steigerstelle mit. Oh, das geht überall mit. So. Also, ich habe überall gespielt, in Weimar, in der Skala, in New York, in der Metro, in Paris, in Paris, in New York, in Bad. Und die Steigerstelle, hat ich da nicht gewohnt. Ich wollte es aber nicht so, dass das schon zwei, drei Wochen, immer an der Haustelle, in der Kunde, in der Kunde, hier sind die Steigerstelle. Lauter! Ganz netzig halt, lauter! Versteht noch nicht jetzt! Noch lauter! Noch lauter! Also, ich wollte dann in dem Haus, und da hat es geplickelt, Ding-Dong! Ich denke, pass auf! Als er sich aufgemacht hat, hat er auch mal angestanden. Er hat gesagt, ich bin Stanzlehrer. Ich brauche keinen Stanzlehrer. Ich habe keinen bestellen. Den Sie nicht, aber den Nachbarn. Fasano! Fasano! Wir wollen genauso mit der Schelf und der Skala. Er hat gesagt, ich bin der größte Gönner. Er hat gesagt, das ist gut. Gestern Abend hat die ganze Zeit mich schon mal ausgepippt. Er hat gesagt, ich bin sicher, dass ich Ihnen gönne. Sagen wir. Das ist nötig. Ich habe dann aufgehört. Jetzt haben wir, hier zwei Sahne stecken. Hier zwei Sahne stecken. Sind Sie hier eigentlich nur hier, weil das der beste Platz ist? Nein, ich bin schon mit der Schafen, die hier nix. Sonst hätte ich nix. Ich könnte mal tusten. Tust, tust, tust. Aber nur mit dem Schiff. Und lauter! Einmal! 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 Wuh! Also! Ich wollte an der Kompelade aus dem Boden, weil ich mich aus dem Haus... Einmal mit dem Hof. Ich habe mich dann komplett aus dem Showbusiness zugezogen. Ja! Ich bin dann durch die Welt gereicht. Ich war dann hier und da und überall. Ich habe dann noch in Frankfurt gewohnt. In einem Hofhaus. Und in dem Hofhaus, da wurden alle Wohnungen gleich. Ja! Ich bin dann voll verriegelt. Ich bin dann noch gar nichts an zu sagen. Und mit deinem Profis im Arm. Wie viel Rolletapet hat ich mir so gekauft? Und dann sagt er einem, Fetzeln Rolletapet. Da hieß dann, ah, super. Dankeschön. Wofür bin ich doch noch beide gar nichts an zu sagen. Und wenn mir jetzt Fetzeln Rolletapet kam, da sind ja sechs Stück innerlich, und ich... Ich hab die Junge noch mal bei mir Ars. Also, ihr Schätze, ich würde gleich sagen, wenn er so schön au 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 kann, er will so lange auf. Er will so lange auf. Aber ist egal. Also... Ich wollte dann hier und so euch was sagen. Und ich hab dir auch mal in den Blutschern gewohnt. Ich dachte, oh ja. Und ich dachte, haben sie mich in das Haus gewohnt? Ja, ja. Du Blödmänner. Ich wollte endlich in den ganzen Blutschern, wo die Banane nur in Scheibenwitzel hat. Und ich dachte, Samo! Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Ja, und im ganzen Film her hatte ich gedacht, ach, was machst du dann? Weil ich denk, ach, Fische, was, gehst du mal zurück in deine alte Heimat? Gehst du mal nach? Und dann hast du noch nach Schilster, oder? Ja! Doch, ich war meinte, manchmal. Und dann bin ich mit der, ich bin jetzt bei der Woche mit der Lanzfila gekommen. Und da hatte ich gedacht, ach, was ist denn hier los? Mit dem Golum, zwei riesige Türmen. Ich schloss die Geschäfte zu und konnte, dass man so kommt, dass man so ein drüber dunkler Tag. Da hat es gerägt und trüb und dunkel, mit zwei Türmen, da schloss ich noch einen Motor. Ach, ich hab mir gewonnen, soll ich in der Ostbahn ein Knopf verstehen? Oh, okay, das ist member! Hör mal, was geht das? Das ist doch gar nicht so. Das ist doch gar nicht so. Hör mal, aber in Weben klaffst du schon, oder? Hör mal, aber in Weben klaffst du schon, oder? In Weben klaffst du schon, oder? Wiel, was geht das? Die ist nicht so. Überraschend, was ist das den Ort? Die Era, die man doch überlangen, der was Sie vorliegt, das war das Bedeutungsfest. Er fängt dich an. Er fängt dich an! Er fängt dich an, ich bin... Ich sag, wir Leute! Das muss man sagen, dass ich dir sobe, die Rehner kommt. Der Pett ist ganz los. Was hat der? Die Angstzeit abgebrochen! Das kann nicht so bleiben. So was kann nicht so bleiben. Das wird leiden, wenn die Männer mit dem Blut aufhören. Ja! Wie ist er das? Du wirst mein... Okay! Okay! Ich würde euch die Heimstrung reden, ja! 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 Maj and sucht! Wir haben ja jetzt alles nicht geschenkt! Die Bürgermeister, seitdem wir zu sprechen! Nee! Ich habe gesagt, ah, ist uns immer die Hälfte. Lassen Sie euch Zeit, dann lächeln. Lassen Sie euch Zeit, wenn ihr Kennt lächelt, ich habe ein Video gelesen, da sind 12 von 8 Personen, die immer noch Probleme haben mit Matten. Lassen Sie euch Zeit. Aber wo aus dem Film das? Ich habe gesehen, der Battis, die hat Achtzug gemacht. Ooooooh. Ich bin jetzt mit dir. Meine Battis kann schon mal gut gehen, aber wenn sie immer Ratschen kommen, die so ein Ratschen und jeder kann aus dem Raum Ratschen. Osegur spielt hier auch das Baby, egal was den Raum ist. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Wahrscheinlich hat er wegen der Kurschuh zu bekommen. Analyse preis. Ich bin ein bisschen. Aber die hat mir den Bilo-Kent. Aber die hat mir den Bilo-Kent. Ich habe heute letztens gesehen, dass neben der Kirche ein Dormatum gefallen und es geht ewig alleine. Aber Stora, ich erzähle es jetzt nicht. Ich erzähle es nicht. Ich erzähle es nicht. Aber ewig, was für so ein Barm gewesen, habe ich schon gedacht, ob das doch nicht schon hier ist, Strategies für die Verreihe der Zukunft. Ich sage nur, wir machen keine Kirche. Mein Leben, die lassen nicht zuwachsen. Ich wünsche mir Schildrand, stelle ich dir und stehe in die Welt der Säcke. Ich sage, der kommt, muss ich mir bei den Pastoren gehen, muss ich überfroren. Ich bin bei den Pastoren gegangen, habe ich gesagt, ein Pastoren und sowas ist dann so mit der Bändishecke. Und dann sagt der, es ist kein Rund. Ich sage, der Pastoren. Und bei ihm alles klar, alles weiß ich nicht. Ich sage heute morgen 100 Euro pro Kunde. Ich sage, aber das ist ein Glückwunsch, das ist schon gesagt, gespendet, oder? Ich sage, nein. Ich habe mir überlebt, was hätte denn gegeben sein können. Oder habe ich den Bein verwandelt? Ich sage, nein. Ich sage, nein. Ich sage, nein. Ich sage, nein. Ich habe mir das nicht in Asien. Ich bete ab und zu, zumindest am Anfang vom Jahr. Ich habe dieses Jahr, am 1. Januar, hatte ich mein Neujahrs-Betum gemietet. Ich sage, nein. Gott, bitte mach meinen Teil nicht langer und meinen Bankkunden fetter. Und bitte. Bitte, bitte, bitte verwechseln das nicht noch mal wie letztes Jahr. Jetzt in die Postgeschichte war diese große Feier von den Evangelischen, das wir hier mitgehen mit dem Luther. Der Luther, das ist der in unserer Zahn, der vor 500 Jahren seine Prothese an dem Tisch. Wie heute nennst du ihr Freibio? Sehr schön. Evangelisch, das ist wie katholisch, nur da dürfen die Kinder mit dem Fahrheim loswerden. Ja, wer weiß, vielleicht ist das in der Pfarrei der Zukunft gerade überrascht. Pfarrei der Zukunft, da wird die Sicherheit auch ganz finden. Und es gibt bestimmt ganz viele Apps. Es gibt bestimmt eine Beicht-App. Und vor allem gibt es dann eine Klingelkörbchen-App. Kannst du sehen, dass neuen Spendenden noch mitleiden? Alles online. Genauso wie die Zimmermann. Da gibt es ja auch nur noch online. Aber ich stelle mir das schwierig vor. Wenn ich bei denen jetzt 15 Lugnisbestände bin, ist das eine Axt oder was? Das habe ich mir lieber vor einem Aquarium. Apropos Aquarium. Herr Müller, meinst du noch mal? Letztens, als er in einem Interview von der Stadt Lehmann hat er gesagt, was ist denn Ihr Hobby? Da sagt er, mein Hobby ist das Aquarium. Dann habe ich mich froh, ah, gehen und warum? Da kann ich eine Stunde sagen, kann ich mich da entspannen. Ja, was sagt Ihre Frau dazu? Aber, das kommt meiner Frau egal. Meine Frau interessiert doch das, was ich den ganzen Tag im Büro mache. Ach, Kinder, wie das heißt. Jo, das ist über alles nur noch online. Die Leute nur noch alles online posten. Die schreiben hier mittlerweile online, wo sie sind, mit wem sie sind und vor allem was, die mit wem machen. Alles unten. Außer hier der Besitzer von Dolce Vita, der macht das mit. Der ist doch ganz fast froh, oder? Der ist ja ganz fast froh. Der schreibt das nämlich auf die Tafel und stellt das dann vor sein Lokal. Der ist ja ganz froh, oder? Der ist ja ganz froh. Der ist ja ganz froh. Der ist ja ganz froh. Es verändert sich immer alles so viel. Es verändert sich alles so viel. Das gibt ja auch mittlerweile ganz andere Werte. Weil ich möchte ja nicht alleine eine Sprache. Es steht hier gerade wieder. Es wird alles gesnapchatted. Es wird alles geinstagrammed. Da muss ich ja gucken, was das alles heißt. Die Leute da, wieso die Leitung sich an dem ich entspanne, die Leitung halt chillen. Chillen. Chillen, das ist sich beim Nichtstun nicht zu langreiten. Es wird immer auch einfach gesunken. Aber ich spreche dir mal die engstige Konstante, die mir noch bei Kuss in Lanzfäller angeht. Menschen warten, dass wir das Schweizer mal nehmen. Aber man darf das gerade nicht so schlicht sehen. Es ist ja in Lanzfäller nicht so, dass wir gar nichts mit Biber haben. Ganz im Gegenteil. Wir machen es halt jetzt zu, führen wir mal zu. Aber wir haben hier immer noch Theaterverein, wir haben den Musikverein, wir haben den Designverein. Wir haben hier sogar schon ein Kindertheatergruppe. Jeden Tag was reinkommen. Ich sage jeden Tag, ja, ist ein Applaus wert. Jawoll! Ich sage jeden Tag eine andere Show. Es ist im Grunde, ich kann schon immer die Kuss machen, oder? Und dann, ganz Lanzfäller ist grob, jeden Tag eine andere Show. Aber ich will sagen, ich habe mich teilweise mit der Nagelhackte, ja, kommt da, können wir eigentlich noch anfangen. Ich hätte da eine ganze Krube dabei. Weg auf den Fenster und Murat. Ein Trommel. Und dann, wir. Wir. Wir haben das Frieden. Und dann, wir haben das alle. Ich habe leider mal einen Platz. Ich weiß die, die Bibergocke. Wettel. 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 Oh, yeah! Oh, yeah! So, ah, gut. Ja, gut. Haben Sie ihn getrunken? Nein, man, eine teure Stola! Ortsvorsteher kommen und gehen, diese Wolle! Der Batis macht zu, der Silbermann verkauft wieder ein Mensch, gerade die ätzische Konstante, wie wir noch alle, ist der Schweizer Manet Doch braucht Hammer für den Klick, dass der Schweizer Manet gibt Wenn der Modell ist, dann locken wir ganz völlig Bla, 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 bla! Wir kommen gegen den Kena de Rousseau Man ist der schönste, schönste Teil der Stadt Kommt in die Südendorf in Stühle vor, komm singen alle mir im Chor. Ja, ja, ganz klar, es war ja das Woh, jeden Tag in einer Show. Von der Parschbank bis zum Tod auf der Wand machen wir, es war gar nichts halt. Ich stehe hinter den Porn in Trockens, ja, wo gibst dann das? Unser neuer Meister, doch der hat keinen Plocken, dann ist nur zur Stadt. Doch und hat Hammer für dich, der letzte Mal geht. Wenn der Moni ist, dann geht mir ganz verrückt, wir kommen, wir gehen, 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 wir sind. Ja, ja, ganz klar, es war ja das Woh, jeden Tag in einer Show. Von der Parsch von der Pistin, du dann hab ich nur noch раз, oder? Der Wasser hat sein Herz versprochen, ja, wo ging's denn dat? Und hat denn seine Amtszeit abgebrochen, ja, da sind wir glatt. Wer doch was kann er für den Blick, sagt es den Money geht. Denn der Money ist, wenn wir kackt, zwar nicht. Wir brauchen kein E-E-E-S-A-N, wir können nicht mehr schütteln, schütteln, schütteln bei der Stadt. Kommt ein bisschen, braucht es nicht nur noch vor, und singen alle mir in den Kopf. Ja, ja, ganz fast so ein Stuhl, von der Bar, der war der Sohn. Von der Barstatt bis zum Tod, aus dem Abendmärchen, wo gar nicht sein. Von der Barstatt bis zum Tod, aus dem Abendmärchen, wo gar nicht sein. bei der Barstatt bis zum Tod, aus dem Abendmärchen. Applaus Applaus Eine Hammer bestimmt noch, oder? Ja, dann kommt's noch mal an die Leute, was für uns ist es. Zugabe! 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 Ich weiß nicht, dass ich eine Powerball erreich und den so in die Länge mit so einer Verfassung habe. Ich wollte verkürzen, weil ich mein Schweizer meine Küchen-Programm hatte und ich meine Gefängnis hatte. Wenn ich schrecklich habe, hätte ich gesagt, hallo meine Küchener, ob du noch was, Gesundheitsabschlager? Ja, 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 ja. Und ich sagte, hey, haben doch auf, ich sagte, haben wir das Schnitzel gemacht. Und ich hatte das Schnitzel gemacht, hab ich gesagt, sag mal, der ist doch ein Schick, ich klei, das Schnitzel da. Ich sagte, da böse und blöse. Und ich hatte das Schnitzel gestern, ich sagte, sag mal, die Besse sind halt zehn. Und dann sagt er, er kann Schwosen, lass den Kläden. Und bei dem Schweizer hat er den ganzen Ohr mit Truller gefasst. Er ist echt eine Truller. Da sagt die, oh, das habe ich a priori. Das ist ja geil. Das habe ich a priori, wissen Sie nicht, was a priori heißt. Aber er sagt, er soll nicht das wissen. Das heißt, a priori heißt vorderherein. Ach so, weiß ich jetzt, aber jetzt apropos. Jo, das war unser ganz vorne mit Truller. Und ach, jo, hat jetzt eine Frau mit Trissimi gesagt. Eine Frau mit Trissimi. Er sagt, ja, sie lehnt Sex von der Ehe. Nee, sie kommt denn ab. Sie hat vor ihrem... vor ihrem... ich... Nee, sie hat so zu. So hat sie gesagt. Ich habe vor meiner Ehe nicht mit meinem Mann geschlafen. Und sie? Er sagt, keine Ahnung, wer heißt denn der Mann? So hat sie gesagt, was hat alles gut so zu tun? Oh, was Sie noch hätte... Applaus Und die jeden Tag, der langer Stolz geht, und der Fahrstab ist so froh, aber die Nacht im Meer. Und dann ist das... 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 Und dann... Und dann ist das... Und dann... Und dann ist das... Und dann ist das... Und dann ist das... Und dann ist das... Und dann... Und dann ist das... 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 Und... Und dann ist das... Und dann... Dann ist das... Und dann... 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 Und... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Vielen Dank.